willkommen hier zur weiteren folge hier kettel und kopf beginnen heute mit dem montag allen schönen wochen start das nächste szenario und zwar kolbenfresser das ende der saison steht an und da kann es nur eines geben die mais ernte genauer gesagt häckseln und die virus und dann biogasanlage befüllen die bg hat auf silage nachschub für die gas- und wärmerzeugen winter deine freunde beim lohnunternehmer haben alles vorbereitet jetzt hängt alles an die wir die grundlagen erledigt haben wir gemacht beginnen wir ganz kurz ja letztes szenario etwa eine stunde sag mal grob für folgen und dann haben wir schon können wir zum weihnachten hier loslegen mit karriere in diesem szenario starten wir im herbst es wird ein es war ein durchschnittlicher sommer nicht zu kalt und nicht zu heiß sommer steht ende september die mais ernte an erinnerst du dich noch an der aussage von mais da gab es zwei verwendungszwecke für mais körnermais wo nur der kolben bis heute die körner geerntet wurden werden und silomais wo die gesandt die ganze pflanze geerntet bzw gehäckselt abgefahren wird in der ersten mission können wir unsere ernte von mais für die bg h bei der mais ernte gibt es verschiedene aufgaben häcksel abfahren festfahren beginnen festfahren kann ich für die heutige auf hilft uns für die heutige aufgabe hilft uns der lohnunternehmer mit einem seinen flugpack aus ein feldhext und zwei abgefahren stehen bereit okay soll ich jetzt vom faktor fahren ja genau kannst du mal recht das hat immer recht macht mir auch hast du deine gefunden im aus loch dann pass auf so ok jetzt traktor einsteigen so fahrer zum unternehmer starten wollte ich hier über rechts hoch genug wir fahren und er geht über gas durch den schaufel ich hoffe dass es mal irgendwann so so gefahren in der gerd richtung morgen vermunter gefahren ist gut halb bis halb zwölf bin bauernnehmer wert wird dann kann man auch noch arbeiten weiß aber ein arbeitskollege hat mir gesagt du kannst du mal morgen schicht tauschen ich will machen aber da was tun selbst da war er erst als ein zu hause freitag wo man gas geben aber lieber hier virtuelle landschaft wenn lust hast läuft gerecht dann wird kein haus an was darf nicht wenn er erst mal arbeit hat angefangen hast gerätschaften das musst du auch die gerätschaften das verdient müssen sich finanzieren oder beziehungsweise finanzieren durch reparaturen die anzeigen eine verdient nur die bank so in den meisten fällen so so ja spiegel hat sich was erinnert nö der hintere ist da oben gespielt geht der na da zeigt nicht so viel an der mittlere funktioniert aber die äußeren bedingt das klappt nicht so richtig und händer wie auch keine so ok wird ja alle nix hier müssen wir müssen mal herfahren auch jeder traktor anhänge oder schild war gut ich bin durch ein schild durchgefahren so was wollen wir eigentlich stelle den schlepper am besten unterstand ab ok also sie brauchen nicht fahren ich glaube er hat gewohnt ich bin gespannt wie damit abhängen so wie du siehst warten die maschinen schon auf ihren einsatz deine aufgabe ist im nächsten abfahren steige in action und frauen hektisch zum feld mit diesem gespannt kannst du bis zu 15 mit der weißladung von mir zu biebungsanlage transportieren nehmen wir unsere alte frakte ausmachen hier die maschinen da ist er da ist er abfahren haben wir noch nicht gemacht aber gut es gibt ja so einen k.i.fahrer der kennt sich aus hat immer guten tag gesagt der boot fahrer der aktien zum feld fahrer der aktien zum feld gut hänger ist drauf dran so der meiste meister gehäckselt da dieser kein buch gehabt dass er dem er den meistgut schütteln kann so ein abfall von dem fahrer der kraft neben dem er der maschine war okay da kennen wir uns auch machen wir sind ja außer ansicht oder sind wir noch ein abfahrer da noch ein traktor der richtige dieser richtige riesen aufwand das muss ja ein riesen feld sei da bin ich mal gespannt ne der andere macht feldarbeiten das erste mal das hier wenn ich jemanden fahre hier und sehe einen anderen hier an die 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 und ist das Vorgehör nach links herum gehäckselt, dass die Fahrzeuge nur Klappe zum Wenden und Abfahren haben. Die erste Runde hat der Abfahrer nur hinter dem Häckslerplatz. Brauche den Häcksler und halte den Abstand, ob der Häcksler am Feldlemewarten wenden kann. Vergiss nicht, die Häckslerklappe deinen Silowagen zu öffnen und guter zu finden. Ich weiß sogar nicht, wo. Das muss ich mir schon machen lassen, so wird das nichts. Muss ich mal schauen. Lass genug Abstand. Ja, ich war schon reif. Oh. 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 aber auch schnell ein Traktor meine ich da ich es ja nicht und wir abbremsen du hast ein paar stehen lassen war es gut, ganze Reihe noch nicht voll 36 hier bin ich es ruckelt ein bisschen wenn wir leben keine Anzeige jetzt da wegen wegen Temperatur schon heiß da regne so, wir haben jetzt die Leistung 44 das lohnt sich gar nicht na gut 47 48 40 damit ich hören kann 49 50 so, automatisch so, die BGH ist da, ne? okay gut aber kein Weg rüber dann hänge es voll fahre vorsichtig aber züge zur BGH kippe den Mais und fahre sie los und ist trotzdem ein kleines und ist trotzdem ein kleines fäll unser KI fährt vorsichtig machen wir aus der meldet sich früh genug so lang wie geht das vorne auf mal gucken wenn man nächstes mal kommen wir das genau wollte ich machen hatte ich vorhin keine Zeit gehabt vielleicht ruckelt vielleicht noch ein Maisfeld sieht aber woanders aus wird so reif ja, so volltacken können ne? ja, Virusanlage waren wir bisher einmal gewesen haben wir uns gerne das so geholt fürs Felddüngen und machen erstmal kippen das Silo rein mal sehen wie es klappt wenn wir mal ausmachen fahr mal selber weil man merkt schon dass er jetzt voll ist dass er sich ein bisschen mehr anstrengen muss ach, sollen wir noch Gewicht nehmen die sind 50 Kubik das wissen wir doch 36 Tonnen da haben wir schon was reingekippt wer war das? fahrer wäre das nochmal lesen fahrer werden langsam zum anderen ende des fahrs passt auf dass du nichts in der silo ach so das ist hier so ähnlich wie beim äh wir sind so schnell wir müssen da alles wieder rein fahren Kollege, das ist nicht gut wir waren zu schnell naja gut das erste mal ne? ok verlasse genau links fahren ok der andere geht ja automatisch weg vergiss vergiss nicht bei palasten nicht dein leeres spann zu wiegen wisst du wie schwer das ding ist normalerweise ich habe einen großen haufen ich habe einen großen Aschbahnen Abfallschrauben heute eigentlich sitzt da entfernst du nicht zu groß während du also auf dem weg zum silo bist wird der anhänger mit den anderen geckselten mais befüllt ok jetzt lass ihn jetzt zurück fahren weil der kennt sich aus jetzt soll uns da quälen ne das sollte auch schon für heute gewesen sein jetzt haben wir einen schönen Dank fürs reinschauen ja morgen geht es hier weiter hier bei Kettel und Kopf Tschüss